herzlich willkommen auf meinem youtube kanal wie ihr sehen können sind wir mittlerweile an der sammelstelle für die heutige demo in mainz angekommen die leute wo an der demo teilnehmen sammeln sich langsam hier sind die ersten eindrücke zufällig eine kleine zängelchen dabei Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr könnt sehen, das ist ein riesengroßer Platz und ich bin mir auch da ganz sicher. Dass der sich auch füllt bis oben hin. Das geht hier auf Schlag auf Schlag. Das geht hier 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 auf Schlag. Das ist der pure Wahnsinn. Ein Wohnwagen, ein Camper nach dem anderen kommen wir angefahren. Der Platz fühlt sich. Das geht hier auf Schlag. Das geht hier auf Schlag. Das geht hier auf Schlag. Das geht hier auf Schlag.